Ich weiß nicht, ob das, was meine Seele erreicht, zu dir durchdringt und auch deine Seele erreicht. Ich kann doch nur schreiben, was ich denke und fühle, um's dein Herz ergänzt dich oder lässt es dich kühlen. Wer traut sich zu deuten, was der andere meint, wenn die eigene Auffassung naheliegend erscheint? Wer macht sich schon frei und versucht zu verstehen, bemüht sich über sich selbst hinaus noch zu sehen? Ich will es versuchen, ehrlich sein zu dir, bitte versuch auch du ehrlich zu sein zu mir. Vielleicht können wir zwischen Freude und Land uns einig werden mit etwas sein. Denn ich brauche dich, ich brauche dich, ja, ich brauche dich und ich hoffe, du brauchst auch mich. Und da stellt sich die Frage, ob ich selbst besser bin, hat das, was du mir sagst, auch für mich einen Sinn, der auch meinen kleinen Horizont übersteigt? Oder sehe ich nur das, was mich selber antreibt? Bin ich dazu bereit, auch das zu hinterfragen, was mein Handeln geriert, meine Taten dir sagen? Und ich verärgert zu klagen und dann weiterzugehen und auch deine Ansichten zu sehen und verstehen. Ich will es versuchen, ehrlich sein zu dir, versuch auch du ehrlich zu sein zu mir. Vielleicht können wir zwischen Freude und Land und seinig werden mit etwas sein. Denn ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich und ich hoffe, du brauchst auch mich. Ja, ich hoffe, du brauchst auch mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!